Die Basilic X Hyperspeed von Razer ist eine Gaming-Maus, die wirklich viele Sachen bietet, die man bei einer Gaming-Maus auch gerne braucht. So kriegst du, obwohl es eine Wireless- oder auch Bluetooth-Maus ist, eine hohe Präzision, da du wählen kannst zwischen dem Wireless-Modus oder auch dem Bluetooth-Modus. Das heißt, wenn du ein bisschen Energie sparen willst, nimmst du einen Bluetooth-Modus. Dieser ist dann auch mit den meisten Laptops kompatibel, da musst du nicht extra was reinstecken. Oder wenn du wirklich die volle Präzision erhalten willst, dann nimmst du den Wireless-Modus. Des Weiteren hat die Maus einen DPI von 16.000 und hat eine Genauigkeit von 99,4%, was auf jeden Fall ein hoher Prozent ist. Und was bei einer Maus ohne Kabel sehr wichtig ist, ist natürlich auch, dass sie lange hält. Und genau da ist diese Maus sehr toll. Du kriegst bis zu 450 Stunden, wenn du es im Bluetooth-Modus verwendest und bis zu 285 Stunden im Wireless-Super-Schnell-Modus. Zum Schluss hat diese Maus dann allerdings noch ein paar kleine Extras, die das Erlebnis noch besser machen. Es gibt sechs programmierbare Tasten, die du für kleine Shortcuts benutzen kannst, damit manche Funktionen schneller funktionieren. Des Weiteren hat es einen indikierten DPI-Speicher. Dieser ist gerade dann vorderlich, wenn du deine Maus irgendwo mitnimmst und irgendwo anders reinsteckt und alles genau gleich funktioniert, wie du es gewohnt bist. Und die Maus hat miranische Maus-Twitches, welche das Gaming-Erlebnis noch mal verbessern, dass sie sich sehr angenehm anfühlen.